Ich habe die Überlebenden des Dorderoch-Clans hier auf Arzt Kellig aufgenommen. Ich habe ein Gerücht gehört, dass auf Undvik ein unnatürlicher Frost herrschte, bevor der Riese kam. Das stimmt. Chalma wollte den Riesen töten, um die Insel wieder ihren Bewohnern zurückzugeben. Eine Tat, die alles königswürdig ist, so glaubt er. Mein Sohn hat in Neuhafen einen ordentlichen Trupp zusammengestellt. Sie wollten nach Undvik segeln und von dort zum Dorf Urska ziehen. Aber so viele Männer hätten den Riesen doch schon längst erledigt haben müssen. Deshalb wollte ich dich bitten. Du solltest den Neuhafen anfangen und dich da umhören. Vielleicht hat Chalma seine Pläne da jemandem mitgeteilt. Zeres möchte Udalrits Fluch brechen? Ich nehme an, Zeres will den Fluch brechen. Es gibt keinen Fluch. Zeres möchte ich Hjalma nacheifern und eine Tat begehen, die aller Königin würdig ist. Denkst du, dass sie meine Hilfe braucht? Du wolltest mich darum bitten. Warum? Die Sache ist die. Ich traue Udalrits nicht weiter, als ich spucken kann. Zeres hört weder auf mich noch auf ihren Bruder. Doch wenn ihr ein Experte erklärt, dass sie sich irrt, wird sie vielleicht einsichtig. Also, ja, ich bitte dich darum, ihr die Sache zu erklären und sie zurückzuholen. Ähm, möchtest du nicht selbst König werden? Ich frage mich, hast du keine eigenen Pläne für die Krone? Ich denke, dass dich viele Jarls unterstützen wird. Viele? Der Widerstand wäre heftig und erbittert. Lugus, der Irre, würde eher eine Nilfgarde auf dem Thron sehen wollen. Außerdem muss ein Mann wissen, wann er zur Seite treten und der Jugend das Ruder überlassen sollte. Ich helfe deinen Kindern. Wenn Chalma oder Cerys Hilfe brauchen, werde ich ihnen helfen. Ich danke dir. Da jetzt alles besprochen ist, sollten wir anfangen. Wir müssen herausfinden, ob Ciri noch immer auf Arzgele geht. Ich mache mich reisefertig und komme dann zu dir. Fahr nach Süden. Die Anomalie, die wir untersuchen sollen, hat einen Teil des Waldes am Ufer der Bucht zerstört. Es war wirklich ein sehr erfolgreiches Festkrach. Wir sehen uns später. Dieser Soundbug, ne? Das war schon. Nicht schlecht. Doch, König ist tot. Lange lebe doch König. Ja, allerdings, wie es weitergeht, erfahren wir erst in der nächsten Aufnahme. Also quasi gleich. Aber für mich ist das jetzt ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns dann direkt wieder. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 The Wild Hunt. Mit diesem wunderschönen Blick auf diese fantastische Nordlandschaft. Skellige liegt doch im Norden, oder? Ich will ja keinen Scheiß erzählen. Weltkarte. Das müsste, nee, das ist nicht Skellige. Äh, wie komme ich nochmal? Zoom. Achso, wir sind auf Skellige. Das alles ist Skellige. Hoppala. Ja, stimmt ja. Skellige war ja Nordland. Moment. Weltkarte. Ne, wir liegen nicht im Norden. Da liegt Novigrad. Schade. Aber es ist halt so ein Nordflair. Ja. Und wir gucken jetzt, was wir hier Schönes machen. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich werde ihn im Auge behalten. Tun Sie dies, bitte. So. Ähm. Wir haben auf jeden Fall wieder massivst viel zu tun. Hier ist zum Beispiel ein unbekannte Ort. Da könnten wir direkt hingehen. Ist ja direkt von dieser Burg zu erreichen. Wenn der überhaupt hier ist. Und ich merke gerade, ich habe gerade leichte Ruckler. Wie bei jeder Aufnahme. Moment. Gut. Ja. Das ist, äh, eine Platzierung. Ich habe sie eingraviert. Schmelz die Klinge ein und schmiede sie nochmal. Ein Schwert soll scharf sein. Liegt durch Aussicht. So, wie kommen wir jetzt da hin? Ich glaube, wir müssen da runterspringen. Ich hasse es, irgendwo runter zu springen. Weil ich immer dabei sterbe. Aber lustig wird... Todmüde, wie? Äh, Weltkarte? Ist das... Ich wäre ganz schön blöd, würde ich hier runterspringen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, was ich hier schenken soll. Vielleicht eine schön verzierte Axt. Eine Axt. In Ernst? Okay, wisst ihr was? YOLO. Nein. YOLO! Nein, 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 nein Jetzt auch beider Mit dem Leben gebüßt Ach, da ist wieder diese schöne Melodie Saget euch diese Melodie Da kannst du dich echt versinken drin Wenn du da noch so ein schönes Aufbauspiel spielst Wie, was weiß ich City Skyline oder sowas Boah, da geht der Terz auf Ich glaube von dieser Seite muss ich kommen Weil auf der Weltkarte sah es zumindest so aus Als ob das ein Strand wäre Ist das nicht schön Diese wunderbaren Inseln Bei herrlichem Sonnenschein Und dann diese Extrem ruhige Musik Ich freue mich ja auf das nächste Spiel Von Studio Red War das Studio Red? Ich weiß es nicht Ähm Das ist ja irgendwie Cyberpunk 277 Unwahl Ähm Jetzt mal ernsthaft Wie komme ich da hoch? Sag mir nicht, das war in der Burg Da habe ich nämlich keine Lust zu Von meinem Glück war das da schon Och nöö Na komm Hier musst du irgendwo den Weg hoch geben, oder? Scheiße Sirenen Die reißen mich vom Boot runter Darauf habe ich ja jetzt gar keine Lust Houston, wir haben ein kleines Problem Aua Schneller Boot Da Da kommen wir hoch Wir stranden Befluchte Kacke Wie kommen wir da hoch? Ähm Ich glaube wir kommen hier gar nicht hoch Kann das sein Zumindest nicht auf herkömmlichen Methoden Das ist zu steil Wir rutschen gleich wieder runter Falls ich sterben sollte Ich habe es gesagt Ich werde es trotzdem versuchen Nein, nein, nein Hör auf, hör auf Stop, Geralt Ja Toll da Moment Wir müssen ja eh nach da Gucken wir uns mal weiter um Vielleicht gibt es ja doch noch einen Weg da hoch Ähm Wir machen es halt wie folgt Ich mache einfach wieder ein paar Fragezeichen Vielleicht dazwischen noch eine Quest Weil wir haben ja jetzt Die letzte Zeit nur Missionen gemacht Bitte Schiff sei noch intakt Problem an Skellige Wenn du hier reisen willst Brauchst du ein Schiff Und dann kommen diese ganzen Echidnern Und Sirenen Und machen dir das Leben zur Hölle Das ist relativ unschön Wenn ihr mich fragt Aber Gut Damit muss man halt leben Schauen wir mal Was die See uns so bringt Wie poetisch Geralt der kleine Fischer Doch Fischers Mann Mit einem kaputten Segel Im Übrigen Ja Wo ist die Sonne hin Kriegsbeute Das klingt so als wird hier irgendwas Vor sich hin blubbern Und ich habe auch noch recht Ich hasse es wenn ich recht habe Bleibe hier Schiff Tauchen Ups Hallo So Hä Wieso taust du nicht Ich glaube hier hat sich Toll Jetzt kann ich tauchen oder was Ist das euer Ernst Okay Wo haben wir denn die Kriegsbeute Verflucht unser Sauerstoff geht aus Ich würde ganz gerne nochmal kurz auftauchen Safety first Ich will hier nicht ersticken Hallo Komm Das gibt es ja nicht Okay Mr. Geralt Hä Wieso taust du denn jetzt wieder nicht Moment Steuerungseinstellung Steuerschema Warum musst du mir gerade solche Probleme machen Geralt Hier steht X Tauchen halten Ich drücke X Und es passiert nichts Ach ja Wie ich das liebe Ne Habe ich noch normale Bolzen drin Für wahr Ich habe normale Bolzen Das kannst du jetzt Ja gut Gut im Wasser ist das auch ein bisschen verständlich Jetzt frage ich mich warum die X Taste gerade nicht klappt Das nervt mich gerade so ein bisschen Komm weißt du was Wir machen das hier mal ein anderes Mal Irgendwie ist Tauchen gerade kaputt Weil ihn setzen geht ja Schlagen geht Ich verstehe gerade nicht warum der nicht tauchen will Ja hier stoppt er und wendet er Muss man nicht verstehen ne Ich verstehe es nicht Ist es ihm zu kalt in diesem Wasser Gut Bei diesem geraden kann ich sogar verstehen Aber Aber nicht warum Naja Ich verstehe es nicht Ich bleib dabei Naja Dann machen wir halt zuerst ein bisschen auf dem Land Dann gucke ich mal für die nächste Aufnahme Dass wir das mal machen Vielleicht hat sich ja bis dahin irgendwie was wieder beruhigt Oder ich habe mich irgendwie verdrückt Wer weiß das schon Obwohl ich das eigentlich nicht glaube Schubidu Guck mal mal Weltkarte Wo könnten wir noch Ich muss unbedingt was verkaufen Fällt mir gerade auf Das hätte ich im Übrigen da oben machen können Da ist das nächste Dorf Hier ist noch ein Questgeber Ähm Wir gucken erstmal im Dorf Und dann machen wir Passt auf Was machen wir Was machen wir denn Alter hier ist nur Wasserquests Ja hier ist einiges zu tun Trifienne von magischen Kataklysmus Ja die Dame wird sich noch ein bisschen gedulden müssen Machen wir das Ganze so Allerdings müssen wir sowieso erst zum Schmied Das ist noch ein bisschen Da ist noch ein bisschen